Waffenruhe, Kämpfe im Nahostkonflikt seit 2 Uhr nachts beendet. Grüner Pass, EU-Staaten sind sich einig, Gesetzesänderung in Österreich folgt. Dazu live Datenschutzexperte Thomas Lohninger im Gespräch. Sicher aus der Krise, Innenminister Karl Nehammer live zur aktuellen innenpolitischen Lage. Kinder und Schwangere, Virologin Christina Nicolodi zu den jüngsten Impfempfehlungen. Heute ist Freitag, der 21. Mai. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei ORF3 aktuell.